Fahrer bringt uns rein, Hammer 2 zu mir, hier spricht Velazquez in Hammer 4, wir gehen nach links, Abfangprotokoll, verstanden Hammer 4, Konvoi rückt fort zum Sammelpunkt, Kontakt, Ziele voraus, 20 Grad hoch. Der Konvoi ist blockiert, wieder runter, Konvoi blockiert, hier spricht Defiance, wir brechen durch. Defiance, Position halten, wir räumen zuerst das Gebiet frei, verstanden? Verstanden. Das war's, alles klar, Defiance drückt vor. Defiance, bleiben Sie beim Konvoi. Negativ, Hammer 4, wir machen das jetzt. Helga, zu meiner Linken, greifen an. Defiance, warten Sie auf Verstärkung. Negativ, Hammer 4, der Käpt'n sagt der Schnelligkeit als oberste. Oh. Die Fire hat erwischt, wiederhole, die Fire ist erledigt. Verstanden, sind unterwegs, Ziele auf 10 und 0 Grad. Trefft ihr euch, Ziele nicht weiter. Wollen Sie dein Spiel, danke Command. Boah, die verbrennen. Starker Flankbeschuss voraus. Die greifen unser... Scheiße. Verstanden, sind unterwegs. Den hab ich nicht gekriegt. Feine greifen. Scheiße, sie feuern auf uns. Ja, ich kann auch zurückfeuern. Ja, erledigt. Oh, da, den hab ich gar nicht gesehen. Scheiße. Da hab ich nicht gut genug aufgepasst. Oh Mann, starker Flankbeschuss voraus. Die greifen uns an. Verstanden, sind unterwegs. Feinde greifen uns. Wo sind sie denn? Scheiße, muss ich feuern auf uns. Mann, ich muss sie doch kriegen, endlich. Verdammt. Ja, leider feuern die auf uns. So, sind da noch mehr? Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Bist du klein? Oh. Oh, meine Fresse, ne. Heftig. Guckt euch das an. Meine Güte, ne. Sieht das geil aus. Boah. Geil. Durch die Wellen. Jawohl. Boah. Da weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Da ist unser Kräuter. Ist das die Dauflösung oder die Komparschen? Die Komparschen. Alle Einheiten. Evakuierungsschiff gesichtet. Zusammenbleiben. Alle Richtung Sammelpunkt. Wir flügen die Straße um. Ach, da sind sie. Oh, scheiße. Ich will doch meine Ruhe, die Grafik. Ah, da ist er noch. Scheiße. Scheiße. Meine Fresse. Ich will die Grafik doch bewundern. Versch... Boah. Heftig. 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 Wo? Zeh nichts. Ach, hinter uns. Ich bin so schön die Grafik hier am Bewunder. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Boah. Ich finde die Grafik geil. Meine Güte. Puh. Poster. Angriff. Hämmer 4. Hier spricht Vanguard. Der Kompon-Meld ist große Fick-Aufkommen auf 5 Uhr. Komm rein. Wo sind Sie? Wir versuchen hier rauszukommen. Sitzen in der Klemme Hämmer 4. Feind auf Nachschub. Okay, verstanden. Komm, Mann. Ich gehe kaputt. Meine Fresse, ey. Ist ja die Hölle hier. Da ist direkt noch einer. Auch erledigt. Okay, nee. Der schießt nicht. Was denn, wo denn? Sie überhaupt nichts. Ach, da. So, habe ich die? Meine Fresse. Boah. Ach, das ist einer von uns. Da ist der Gegner. Boah. Ist ja die Hölle. Ach, da. Meine Fresse. Kann doch nicht euer Ernst sein hier. Ist ja der Hammer. Boah. Die Fresse. Die Pfarrer 2 werden von feindlichen Flaks beschossen. Wir brauchen Hilfe. Wiederhole Hilfe. Die Alpha bleibt da, sind unterwegs. Komm schon. Äh. Oh. Vorwärm. Keine Chance, Mann. Geht den. Deckung bleiben. Was macht ihr hier? Ihr müsst weiter. Hätten Nadel sagt, wir müssen die Bogenkanone ausschalten. Aber die MGs nehmen uns auseinander. Wir haben keine Leute. Ich suche eine höhere Position und schalte die MGs aus. Können Sie die Jungs in Bewegung bringen, wenn ich Feuerschutz gebe? Klar. Hey, wie ist Ihr Name? Gut, Mann. Die bleiben bei mir, okay? Ja. Sperrfeuer! Ja, ja, Rico räumt auf. So, der ISA beim Zerstören der Bogenkanonen helfen. Gehen wir mal schön hier hoch. Okay, das sind unsere Jungs. Weiter hier hoch. Aber natürlich immer vorsichtig sein. Wow. Boah. Okay. Rein da. Meine Güte, nee. Da muss ich richtig Munition verschwenden hier. Oh. Boah, ich treff den nicht. Der hat mich fast erledigt, die Sau. So, und jetzt nehmen wir die Waffe und machen die hoffentlich kalt. Nein. Oh Gott. Scheiße. Das habe ich verbockt. Das habe ich mir zu leicht anscheinend vorgestellt. Okay, diesmal gehe ich nicht an das Geschütze, zumindest nicht direkt. Aber jetzt, glaube ich, jetzt müsste es doch gehen. Jawohl. Jetzt habt ihr gelitten. Ich kriege das Spiel auf. Na, komm. Da kommt noch einer. Stellt euch nicht gegen den Pity. Okay, ich glaube, das war's. Ah, da geht's noch weiter. Das habe ich nicht gerafft. So, gehen wir die Treppe hoch. Oh, verdammt. Das sah nach dem Sniper aus. Kann das sein. Wo ist er denn jetzt? Und er bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Meine Fresse, nee. Gut, dass ich den auch gesehen habe. Hier, wir werden es von Scharfschützen. Alle aufpassen. Da sehe ich schon wieder den, den Strahl sozusagen. So, erledigt. Gut. Jetzt wird geschneipert, würde ich sagen. Oh, da war noch einer, glaube ich. Wo war der? Ich sehe ihn nicht. Da. Oh, ich treffe den nicht. Was soll da? Ah, jetzt habe ich ihn. Gut. Nachladen. Und dann noch mal schauen. So war das, genau. Wo geht's jetzt weiter? Muss ich da rüber? Ja, tatsächlich. Oh, da ist die Strahlenkanone. So. Bogenkanone. Sichtweite. Truppen näher ran. Und dann Sprengladungen legen. Ja, Sir. So. Dicke Kanone. Oh, ja. Die muss ausgeschaltet werden. Rico, bin auf 10 Uhr. Wir erreichen die Bogenkanone nicht. Schalten Sie die MGS aus. Okay. Mal gucken, ob ich das schaffen kann. Oh. Die schießt sogar auf mich. Oh, das war nichts. Ah, der war gut. Guter Schuss. Scheiße, der hat mich auch schon gesehen. Oh. Das gibt es doch nicht. Ich treff den einfach nicht. Jetzt aber. Komm. Sehr schön. Autsch. Oh. Den habe ich ja erledigt. Ja, wo sind sie denn, die Scharfschützen? Oh, da sehe ich ihn. Was war ein Schuss? Bei dem anderen Gebäude? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Autsch. Ah, da. Da ist er. Scheiße. Ich habe Angst, dass er mich kriegt. Ha. Ich wollte euch doch nur helfen. Jetzt seid doch nicht so. Wo ist er denn? Hier? Nein. Wo ist er? Oh, da oben. Jetzt sehe ich ihn. Warum schiezt er denn nicht auf mich? Oh, da ist noch einer. Da. Volltreffer. Okay. Oh ja, da sehe ich. Oh ne, da war ich zu schnell. Oh, da sind sogar mehrere. Der ist erledigt. Autsch. Da ist er. Ja, jetzt braucht er auf einmal meine Hilfe. Helfen Sie uns mit den Bodentruppen. Mach ich doch. Da ist er. Ah, jetzt ist er kaputt. Das war's. Gute Arbeit. Finde ich auch. Mach das Scheiß. Mach das Scheißdingen kaputt. Zu gefährlich, das Ding. Ladung platziert. Zweite Ladung platziert. Beide Ladungen platziert, Sir. Jagen Sie sie zum Teufel. Ja, endlich. Sehr gut. Vorrücken zum Sammelpunkt. Rika und ich folgen in den Hämmer. Wir brauchen Unterstützung. Wiederhole, Mayday. Hier ist Jammer. Over. Hört uns jemand? Mein Name ist Sergeant Velazquez. Ich höre Sie. Over. Oh, zum Glück. Wir sind in Quadrant 4-4-1. Wir wurden abgeschnitten und wir brauchen sofort Hilfe. Okay, ganz ruhig, Jammer. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten. Wir kommen Sie holen. Auf keinen Fall, Velazquez. Jammer. Durchhalten. Intruder sind unterwegs. Sie haben Befehle, Velazquez. Halten Sie sich daran und machen Sie den Witz und Sammeln von frei. Sofort. Boah. Boah. Was ist das denn? Mein Gott. Was für ein Riesenteil. Boah. Der Schutzschild hält noch. Käpt'n Nawil, wir können uns hier nicht viel länger halten. Wenn Sie herkommen, tun Sie es schnell. Wir brauchen neue Fahrzeuge. Gehen wir. Zu den Evakuierungsposten. Unsere Leute. Unsere Leute. Oh, Rico in so einem Stahlding. Ah, und ich auch. Haha. Ja, okay. Hier mache ich wieder ein Päuschen. Mann, dieses Ding ist ganz schön hinüber. Sie sollten vielleicht testen, ob Ihre Waffen funktionieren. Und gleich geht's dann weiter. Da, da. Da, da. Da. Ja, da. Vielen Dank.